Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich erkläre, wie man diesen kleinen SMD-Wechselblinker aufbauen kann. Wir beginnen wie bei jedem SMD-Bausatz und verlöten erst mal ein Pad pro Bauteil. Die Polarität der Leuchtdioden kann man sehr oft auf der Unterseite erkennen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie das da unten beschriftet sein kann. Dazu gibt es in der Videobeschreibung nochmal eine ausführliche Erklärung, Link zum Doku-Wiki. Wir schmelzen das Pad ein bisschen auf, stecken die Leuchtdioden einfach hinein, schon hält die Leuchtdioden und ist verlötet. Wir verlöten jetzt auch gleich die zweite Seite. Wir nehmen die Widerstände mit 220 Kiloohm, auch hier wieder erst das Lötzinn aufschmelzen. Die 470 Ohm Widerstände sind die nächsten. C1 und C2 sind entsprechend die zwei Kondensatoren, auch hier wieder die zweite Seite verlöten. Die vorletzten zwei Bauteile sind die Transistoren. Das letzte Bauteil ist nun der Batteriehalter. Wir haben hier schön markiert Plus und Minus. Rot ist Plus, Schwarz ist Minus. Die Bohrungen vorne dienen als Zugentlastung. Wir stecken also die Kabel durch die vorderen Bohrungen. Und zwar schon mal ein gutes Stück, damit wir uns leichter tun. Drehen das Ganze um und verlöten es auf der Rückseite. Schon ist der Bausatz fertig und kann mit einer Standard 9 Volt Blockbatterie getestet werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!